Ja, vielen Dank. Ja, den Vorspann hier, den können wir uns sparen. Ganz kurz zu mir, mein Name ist Hans-Gerd Gerhards. Ich komme aus dem schönen Sauerland, aus Attendorn, um genau zu sein. Und eben ist wohl auch vergessen worden, dass wir auch tatsächlich ein wunderbares Meet-up da anbieten im Südsauerland. Da war der Thomas zum Beispiel jetzt neulich noch gewesen. Ja, ich bin im Orgelteam des WordCamp Deutschland gewesen in Gerolstein. Und auch jetzt für das Orgelteam des WordCamps Karlsruhe 2024 bin ich auch wieder dabei. Speaker bei verschiedenen WordCamps, Vorträge bei verschiedenen WordPress-Meet-ups. War auch lange Zeit Co-Organisator in Aachen gewesen. Bin aber vor ungefähr anderthalb Jahren ins Sauerland gezogen. Und bin da mittlerweile also auch Organisator von dem WordPress-Meet-up im Südsauerland. Bin Moderator im offiziellen deutschsprachigen Support-Forum. Da ist der Thready zum Beispiel, der auch sehr viel da sich tummelt. Finde ich auch total klasse. Ja, und ansonsten sind hier so ein paar Daten zu sehen. Ist aber nicht viel, was wichtig ist. So, ups, das war zu viel. Ja, das ist ja noch ganz wichtig. Was ich also euch jetzt zeigen werde, ist also erstmal eine Erstellung eines Layouts mit dem Blog-Editor auf Basis einer Vorlage. Also das heißt, ich werde hier live was machen, was natürlich auch in die Hose gehen kann, was ich nicht hoffe. Weil es wäre dann unschön. Das Ganze mache ich auf einer lokalen Instanz. Wir sparen also dann hier auch tatsächlich einiges an Energie, um jetzt mal nochmal auf den Vortrag vom Simons zurückzukommen. Ja, dann werde ich ein paar weitere Layouts mit dem Blog-Editor erläutern, im Backend und Darstellung auch im Frontend, soweit das möglich ist. Ich habe hier ein bisschen beschränkten Platz. Normalerweise arbeite ich mit der Maus, aber es wird wohl schon funktionieren. Dann mal ein Beispiel für ein Layout mit Generate-Blogs. Muss ich mal gucken. Also da werde ich so ein Plug-in also vorstellen kurz. Dann Layouts bei Aktivierung von Generate-Press, Klassisches Theme und dann die Appearance-Tools bei Generate-Press aktivieren. Komme ich nachher zu. Vielen von euch wird da vielleicht jetzt noch nichts sagen, das kommt aber drauf an. Daher kurz die Frage, wer von euch setzt denn hauptsächlich mittlerweile schon Blog-Themes ein? Blog-Themes. Oh, das ist ja schon viel. Und wer setzt dann, also dann gehe ich ja fast davon aus, der Rest setzt dann klassische Themes ein? Wer setzt klassische Themes ein? Och, dann hätte ich mir das ja sparen können. Ja gut. Ja gut, ist egal. Machen wir trotzdem. Ja und dann noch ein kurzer Blick auf den Grid-Blog. Müssen wir mal gucken, der ist ja dauernde Bewegung. Der Grid-Blog wird in WordPress 6.6 kommen, voraussichtlich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber da wird die Birgit, ja Birgit nickt. Also wird da wohl der Fall sein. Und gucken wir uns an. Der ist natürlich in Bewegung und da sind auch immer noch so ein paar Sachen, die da vielleicht ja nicht so ganz funktionieren und ja dann fragen und antworten. Gut, ich gehe dann jetzt mal hier raus und gehe mal hier rein. Was ich euch zeigen will, ist also diese Geschichte hier, die ist mit dem Blog-Editor gemacht worden. So soll das Ganze aussehen. Das, was ich jetzt also hier vorbereitet habe, also ich habe natürlich jetzt nicht alles von Anfang an, kann ich hier zeigen, weil da einfach die Zeit nicht reicht. Und wir gucken uns mal an, wie das Ding jetzt gerade aussieht. Und das, was ich jetzt also mit euch bearbeiten will, das sieht so aus. Warum ist das nicht so schön, kann man schon direkt sehen. Wir haben nicht eine Linie unten, also ich bin kein Designer. Nicht, dass jetzt jemand auf die Idee kommt, oh Gott, da erzählt mir jetzt ein Grafiker was. Ich bin kein Grafiker, ich bin kein Designer. Ich komme aus einer ganz anderen Ecke. Ich bin eigentlich als ehemals mal Lehrer gewesen. Ist aber ein bisschen länger her. So und ja und dann sind da noch so ein paar andere Sachen. Kann man sehen, hier zum Beispiel, hier der Button, der ist also, der hängt hier irgendwo mittendrin, während er hier am Ende ist und solche Geschichten. Und den wollen wir jetzt eben so gestalten, dass das also so aussieht wie hier. Ach so, noch vielleicht eine ganz wichtige Sache. Also da sehen wir, da ist dann die ganze Sache eben runtergezogen. Wir haben eine Linie, die gleiche Länge und so weiter. Und das ist schon eine ganz interessante Sache. Wichtig vielleicht noch, ihr braucht nicht irgendwas jetzt, euch zu den Tieren Fotos zu machen. Könnt ihr natürlich gerne machen, müsst ihr aber nicht. Weil ich also, abgesehen davon, dass die netten Herren hier vorne ja auch den ganzen Krempel aufnehmen, den ich hier erzähle, da bekommt ihr nachher noch einen Link von mir. Und könnt dann also per QR-Code zum Beispiel auf eine Seite zugreifen, wo ihr alle Links findet, alle Informationen, hoffe ich zumindest, die für euch notwendig sind. Und wenn ihr dann noch Fragen habt, könnt ihr die natürlich auch gerne stellen. Kein Thema. So, dann gehen wir jetzt mal ins Backend von einer WordPress-Instanz. Die wäre dann hier. Das Ganze mache ich jetzt mit, also das Design, also als Theme, nutze ich jetzt hierbei auch 2024. Ist an sich fast gar nicht geändert, wie ihr eben auch gesehen habt, bis vielleicht auf den Link da oben. Das ist ein kleiner animierter Link mit ein bisschen CSS. Ist also nichts Dramatisches. Wenn wir jetzt hier mal drauf gehen, dann haben wir jetzt hier diese beiden schon vorbereiteten Design, also Kacheln nenne ich die jetzt mal. Wir haben also hier einen Cover-Block. Innerhalb des Cover-Blocks haben wir hier eine Gruppe. In der Gruppe ist hier zum Beispiel jetzt dieser Absatz. Das sehen wir hier. Ist also eine Überschrift drin. Und dann haben wir hier noch zwei Absätze, nämlich den hier, den hier und den Button-Block. Wie kriegen wir das Ganze jetzt da unten hin? Nun ja, wir gehen einfach hier drauf. Und jetzt muss ich mal gucken, dass ich das hier hinkriege. Und machen daraus erstmal eine schöne Gruppe. Wir gruppieren das also hier. Damit haben wir jetzt praktisch diesen Teil hier unten, wie man hier auch schön sehen kann. Das ist ja auch noch nicht so lange mit dem Blog-Editor, dass die Sachen dann so zu sehen waren. Dann haben wir die also in einer schönen Gruppe und diese andere Geschichte hier auch in der Gruppe. Das ist schon mal eine ganz gute Sache. Jetzt machen wir, halt, so. Das gruppieren wir jetzt auch nochmal, damit wir das alles, also den gesamten Inhalt in einer Gruppe haben. Gehen dann anschließend hier auf diese Gruppe. Und da gibt es jetzt also eine relativ neue Geschichte. Das ist dieser Stapelblock. Der ist total interessant und ich muss gestehen, dass ich also vor nicht langer Zeit eigentlich den Stapelblock erstmal so richtig entdeckt habe, welche Möglichkeiten man da hat. Ich gehe also jetzt hier drauf und jetzt hat sich erstmal nicht so allzu viel geändert. Jetzt kann ich also, erstmal sorge ich dafür, dass er eine bestimmte Länge hat. Das kann ich zum Beispiel hier machen, indem ich auf die minimale Höhe gehe. Ich stelle den jetzt mal hier auf REM hin. Also das ist eine Einheit, die man da verwenden kann. Alternative zu Pixel, EM, Prozent, VW, VH und ich weiß nicht was. Also da gibt es so einiges an Möglichkeiten. Und den setze ich jetzt mal auf 50 rein. So. Und dann sollten wir jetzt hier auch schon sehen können, dass er also wesentlich länger geworden ist. Das machen wir nachher natürlich mit der anderen Spalte auch. Aber ich will jetzt erstmal diese eine Spalte soweit fertig machen. So. Jetzt haben wir also hier diese Geschichte soweit schon mal klar. Und jetzt kommt der nächste Punkt und der ist eben noch sehr interessant. Es gibt nämlich hier eine wunderbare Sache, nämlich Zwischenraum. Und wenn ich da drauf drücke, dann hängt die ganze Sache hier unten, wie wir hier sehen können. Und was also auch ein schöner Nebeneffekt ist, wir haben also, aber das habe ich eigentlich vorher, hätte ich das vielleicht auch nochmal sagen sollen, dadurch, dass wir diese Gruppen so eingeteilt haben mit den Stapeln und so weiter, haben wir jetzt auch wirklich nur noch die Breite hier in dem oberen Bereich mit dem Hintergrund, der da eben zu sehen ist, mit diesem roten Hintergrund. Und wir haben nicht mehr über die gesamte Länge. Man kann natürlich auch sowas über die gesamte Länge machen. Da müssen wir jetzt ein bisschen anders rangehen. Aber im Grunde genommen ist das soweit klar. Das gleiche mache ich jetzt also sozusagen als Wiederholung nochmal hier. Also auch hier einfach hingehen. Hups, das war jetzt wieder falsch. So. Das hier ist auch manchmal ein bisschen störend, dass man dann hier rüber gehen muss, um dann praktisch da dran zu kommen. Also auch hier wieder die Gruppe. Dann gehen wir jetzt hier rein, gruppieren das wieder. Machen dann hier draus wieder den Stapel. Machen hier draus wieder die entsprechende Länge. Ich glaube, ich hatte eben 50 Rem da eingestellt. Und sollten dann hier nochmal eben auf diesen Zwischenraum gehen, damit die Sache dann da auch schön unten hängt. So. Wenn wir uns das jetzt hier mal angucken. Ich aktualisiere mal. Und jetzt gucken wir uns diese Geschichte mal im Frontend an. Also das hier war die Vorlage, die ich eben hatte. Und jetzt gucken wir uns das mal hier an. Ich muss eben hier drauf gehen und dann hier. Und dann sollte das so ähnlich aussehen, wie wir das eben uns vorgestellt haben. Man hat natürlich immer noch die Möglichkeit, auch innerhalb dieses Stapels oder der Gruppen, dann auch die Sachen entsprechend so einzugrenzen. Ich könnte jetzt natürlich noch einen Innenabstand da definieren. Und ich könnte dann Außenabstände definieren oder was auch immer. Ja, das war so die erste Sache, die ich euch schon mal zeigen wollte. Mag sein, dass vielleicht der eine oder andere da oder die eine oder andere da noch ein bisschen was mitnehmen konnte bei der Geschichte. Auf der Basis lässt sich also eine ganze Masse machen. Wenn wir uns das jetzt hier mal angucken. Ich zeige vielleicht mal so ein paar Dinge, die da wichtig sind, die da ganz interessant sind. Da sind auch teilweise Sachen dabei, die vom Jamie Marsland sind. Jamie Marsland wird vielen von euch vielleicht auch ein Begriff sein. Ist ein YouTuber, oder besser gesagt ein Graf, ein Designer, wenn ich mich nicht täusche, der sehr viele YouTube-Videos anbietet. Und ich habe also hier und da schon einige Designs nachgebaut. Das hier ist jetzt tatsächlich kein Design von Jamie Marsland. Das hier ist jetzt auch nochmal ein Design, was in ähnlicher Form funktioniert, wie das, was ich gerade gezeigt habe, aber eben mit einem kleinen Unterschied. Wenn wir uns das jetzt hier nämlich auch mal, sagen wir mal, in einem kleineren Fenster angucken, dann sehen wir auch, ich bin jetzt hier auf die Developer-Konsole gegangen. Also wenn ihr Fragen habt, könnt ihr auch gerne mal zwischendurch fragen. Nicht, dass ihr meint, ihr würdet mich da sehr stören. Das ist gar kein Problem. Und wir sehen dann also hier, wenn ich das jetzt hier zusammenschiebe, dann kann man hier sehen, dass hier unten dieser Abstand sehr viel kleiner ist. Womit kriege ich sowas hin? Indem ich also praktisch, das ist jetzt auch wieder so ein Stapel. Ich kann es auch mal gerade im Backend zeigen. So, ich meine, das wäre das hier. Genau. Und wenn wir jetzt hier mal reingucken, also wir gucken jetzt mal so in ein paar Sachen da rein, dann haben wir hier auch wieder einen Stapel. Und interessant ist vielleicht diese Sache hier, weil die ja, wie ihr gesehen habt, dann eben sich entsprechend auch anpasst. Und wenn ich da, da habe ich also praktisch in dem Fall eben diese Länge hier, die ich euch hier zeigen kann, die ist da auf 5 Rem eingestellt, während eben der andere Stapel hier in dem anderen Cover, der ist also bei auch irgendwo 35 oder sowas oder 30 Rem. Und dadurch erreiche ich dann also im Frontend, wenn ich also das mir eben auf einem kleineren Teil angucke, dass ich also praktisch hier unten dann eben auch nochmal so einen kleineren Bereich nur angezeigt bekomme und nicht so einen größeren Bereich. Also wirklich eine schöne Sache. Bei der Gelegenheit vielleicht auch mal der Hinweis, es gibt also auch eben Patterns, die man so runterladen kann und die also eben bei WordPress verortet sind, wo man also auf die Patterns zugreifen kann und da gibt es eine ganze Masse an Patterns, die man da verwenden kann. Und die man selbst eben nur anpassen muss, Bilder rein, Texte ändern, weiß der Teufel was, und dann funktioniert das. Link ist aber auch wieder auf der Webseite, oder die Seite, die ich euch gleich per QR-Code dann zeige. So, das war ja die Sache. Gucken wir, gehen wir nochmal aus der Developer-Konsole raus. Und ich gehe jetzt mal so ein paar Sachen durch, die eben auch teilweise auch vom Jamie Marsland sind. Das hier ist zum Beispiel eine Sache von dem Jamie Marsland. Auch eine sehr schöne Sache. Also interessant ist hierbei, dass wir also hier so einen weißen Bereich haben und dann haben wir hier, da habe ich zuerst gedacht, wie hat er das denn hinbekommen? Das ist aber eigentlich ganz simpel. Man muss also praktisch nur dafür sorgen, dass der hintere Bereich eben schwarz ist, der vordere Bereich weiß ist, und das war es dann im Grunde genommen schon. Mehr war da eigentlich nicht zu machen. Natürlich runde Ecken, sonst wird man das nicht hinbekommen. Also relativ simpel. Und ja, das ist ein YouTube, hier den Link für YouTube, habe ich euch auch dann da reingepackt. Also könnt ihr gerne mal angucken, wie das da entwickelt. Wirklich eine total interessante Sache. Gucken wir mal. Nächste ist dann diese Sache hier, die ich euch zeigen will. Die ist allerdings jetzt von mir. Aber auf der Grundlage von einem Pattern, das also auch in dem Verzeichnis drin ist. Hier seht ihr auch den Link. Da gibt es also eben diese Patterns, die man da verwenden kann. Können wir auch gleich mal drauf gucken, wenn die Zeit reichen sollte. Hier in dem Fall habe ich also noch nicht das Grid verwendet, was ich ja da anbieten würde. Also das werde ich dann demnächst mal machen. Dann werde ich das mal praktisch ins Grid reinbringen. Und ich habe also jetzt hier diese Bilder, hier mit dem Grayscale-Filter versehen. Kann man ja ganz automatisch über Duoton zum Beispiel machen. Und dann, außer diese Katze hier, fand ich also total klasse, weil die also dann eben diese grelleren Augen hat. Und dadurch kam dann dieser Effekt zustande. Man kann das also machen. Das ist übrigens meine Enkeltochter. Also ist auch mein eigenes Bild. Ja, und wenn wir jetzt hier noch, ich kann ja vielleicht noch einige Sachen dazu zeigen. Also eine ganz tolle Sache, um euch mal zu zeigen, was da also mit dem Blog-Editor so möglich ist, ist diese Sache, die ist auch wieder von dem Jamie Marsland. Da gucken wir auch gleich mal rein, weil es nämlich super interessant gemacht worden ist. Ich gehe mal hier runter. Und dann seht ihr hier, da schiebt sich der Mond praktisch über die Berge. Super interessant gemacht. Und wie der das gemacht hat, kann ich euch jetzt hier mal zeigen. Wir gehen mal einfach auf den entsprechenden Beitrag. Das ist der hier, Coverblock nach Jamie Marsland. Also wir haben hier in dem Fall, da kann man es auch sehen. Gehen wir da rein. Dann haben wir hier den Coverblock. Wir haben einmal einen Coverblock, das ist dieses Bild hier, das ist flächenfüllend. Und dann haben wir, also wenn wir jetzt hier mal drauf gehen, dann sehen wir das hoffentlich auch in der Mediathek. Das sollte, genau, das ist dieses hier. Und dann haben wir ein anderes Bild hier, das ist also praktisch dann freigestellt an der Stelle, wo der Himmel dann kommen soll. Das ist dann praktisch schon alles. Und wenn wir jetzt hier mal reingucken, dann habe ich also hier, da ist der Hintergrund fixiert, nicht fixiert, bei dem hinteren Bild, also bei dem hinteren Cover. Während bei dem vorderen Cover habe ich also einen fixierten Hintergrund. und dadurch kommt dann dieser Effekt hier zustande. Blöde. Da natürlich. Also ein super interessanter Effekt, wenn ich jetzt nochmal hier im Frontend mir das angucke, dann sieht man das hier nochmal sehr schön, wie das Ganze aussieht. Und da kann man natürlich doch eine ganze Masse an Sachen machen in der Richtung. Da muss man, also da ist wirklich viel möglich. So, dann ich meine, das wäre es jetzt gewesen, was ich euch so zeigen wollte. Dann kämen wir nämlich zum nächsten Bereich. Ja, sicher, bitte. Müssen die Bildformate gleich sein? Ach so, ja. Das eine Bild freigestellt wird sicherlich ein GIF sein. Nee. Also mit Transparenz. Müssen die gleich sein? WebP glaube ich sogar. Die sollten von den Ausmaßen gleich groß sein, ja. Ja, noch Fragen schon an der Stelle? Also ist kein Problem, weil der Themenbereich ist im Grunde genommen jetzt auch abgeschlossen. Also zu diesen Layouts. Okay, dann gehe ich jetzt erstmal weiter. Dann kommt nämlich jetzt der nächste Bereich. Dann gehe ich nochmal hier drauf. So, das Ganze, was ich jetzt euch gerade gezeigt habe, ist also mit 2024 erstellt worden und ohne irgendein Plugin. Eine Sache will ich euch aber jetzt mal zeigen und zwar ist das mit Generate Blocks gemacht. Generate Blocks kommt also, ist von den Entwicklern von Generate Press, also einem Theme, was ich glaube zu den zehn meistgenutzten Themes gehört, was also auch relativ schlank ist. Diese Blocksammlung ist recht übersichtlich. Man hat also nur einen Container, dann Raster, ist an sich auch diese Grid-Geschichte, wenn man so will, Überschrift, Button, Abfrageloop und Bild. Ich nutze die teilweise auf Webseiten, auch von Kunden zum Beispiel, häufiger schon mal, wenn das also sich nicht anders machen lässt mit dem Blog-Editor. Das jetzt soll auch so ein Beispiel, habe ich das aktuell aktiviert, ja, wo ich also mal zeigen möchte, wo eben der Blog-Editor zurzeit noch mit normalen Mitteln, also jetzt ohne CSS, ohne Nutzung von CSS, dann doch an seine Grenzen kommt. Und zwar habe ich also hier einen Raster mit Container, mit Generate Blocks. Das gucken wir uns mal an. Da ist er. Hier oben habe ich wahrscheinlich noch mal irgendwo was geändert. So, das sieht nämlich so aus. Was ist das Problem, was man bis jetzt nicht mit dem normalen Blog-Editor lösen kann? Das ist nämlich diese Geschichte hier, dass diese Bilder überlagern sind. Man kann das mit CSS natürlich relativ simpel machen, aber hier ist noch der Vorteil und deswegen finde ich also auch diese Blog-Sammlung sehr schön. Man kann also je nachdem, welches Gerät ich habe, also kann ich dann also auch die entsprechenden Einstellungen vornehmen. Wenn ich also jetzt hier so einen Blog habe, gehen wir da, nein, nicht den, sondern das hier, das ist jetzt also ein Bild-Blog, das sehen wir hier oben, in einem Raster-Blog. Und dann kann ich also hier auch die entsprechenden Änderungen vornehmen. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel mal gucken, dann ist das ja jetzt hier in dem Fall nicht mehr so besonders schön. Dann kann ich also einfach auf diesen Blog gehen, kann sagen, ups, schon wieder raus, kann dann sagen, okay, das möchte ich aber ganz gerne in 100 Prozent haben. Wenn ich auf den Blog gehe, auch auf 100 Prozent. Das wird jetzt noch nicht ganz passen, ist aber jetzt zur Präsentation erstmal an sich egal. Wenn wir jetzt hier nochmal gucken, der hängt jetzt ein bisschen nach links, das hängt aber damit zusammen, dass da noch andere Einstellungen sind, die ich jetzt ändern könnte, aber das macht jetzt nichts. Also ihr seht, solche Sachen lassen sich mit Generate-Blogs dann sehr schön machen. Insofern, in vielen Fällen nutze ich das noch und es gibt also eine Diskussion, die darum sich dreht, wie kriegen wir denn jetzt diese negativen Margins da rein. und da ist also ganz viel in Bewegung, da kann man also beobachten und das ist auch eine ganz wichtige Sache, denn da haben wir die Möglichkeit, dann auch ganz andere Designs mitzumachen oder zu bauen, besser gesagt. Ja, das also wäre diese Geschichte. Wenn wir uns das mal im Frontend angucken, dann sieht das Ganze eben so aus, ist das das hier? Ja, das ist das. Dann sieht das hier so aus. Also ist ein ganz nettes Design, muss nicht jeder schön finden, ist aber auch egal, darum geht es ja jetzt erstmal nicht. So, das war die Sache und jetzt kommt also ein Punkt, der interessant ist, wenn ich noch klassische Themes verwende. Dazu schalte ich nochmal Generate Blocks aus und schalte jetzt mal Gutenberg an. Ne, noch nicht. Ich ändere das Theme erstmal. So, und wenn wir jetzt hier mal reingucken, ich nehme jetzt mal eine ganz einfache Sache, das ist dieses Lorem Ipsum hier, das ist also einfach nur ein Text oder ein Bild und mehr ist da nicht. Und wenn wir jetzt hier mal reingucken, da gibt es also eine Gruppe hier und wenn wir uns mal angeguckt haben, eben welche Möglichkeiten ich da habe, welche Eigenschaften und so weiter ich da verwenden kann bei einem Theme, Block Theme, also egal, ob das jetzt 2024 ist oder irgendwas anderes, dann sieht man hier schon, da gibt es wesentlich weniger Möglichkeiten. Und das ist natürlich ärgerlich. Also deswegen war das damals auch so ein Grund dafür gewesen, eben Generate Blocks zu verwenden. Aber die gute Nachricht ist, es gibt also die Möglichkeit, diese Sache zu ändern. Und dazu müssen wir eigentlich nur, die Appearance Tools brauchen wir dann praktisch nur entsprechend einzuschalten. Und wie wir das machen, gucken wir uns jetzt mal an. Es sind zwar vielleicht nicht mehr ganz so viele, die jetzt mit irgendwelchen klassischen Themes hier arbeiten, aber ist trotzdem vielleicht mal interessant, wenn ihr das machen wollt. Das ist im Übrigen auch eine Sache, das ist übrigens eine Sache, die also insofern interessant ist, weil ich, oder beziehungsweise ein bisschen schwierig ist, weil nämlich je nachdem, welches klassische Theme ich einsetze, es da Probleme geben kann. Und deswegen ist das also auch nicht so, dass ich jetzt irgendwie zum Beispiel irgendwo in den Einstellungen von WordPress sagen kann, so, ich möchte gerne diese Appearance Tools nutzen oder eben auch nicht. Ich will das mal ganz kurz zeigen, dann müssen wir das ein bisschen kürzer machen, weil ich will ja noch die Grids zeigen. Und zwar müssen wir da, das habe ich jetzt vergessen, das machen wir noch ganz schnell, den Notepad plus plus. Ihr kennt, wenn ihr mit BlogThemes zu tun habt, dann wisst ihr, dass da eine ThemeJson ist, mit der ich eine ganze Masse steuern kann. Ich kann jetzt also einen Teil von der ThemeJson nehmen, um dann jetzt praktisch nur dafür zu sorgen, dass diese Appearance Tools hier eingeschaltet sind. Dazu reicht dann eigentlich diese ganze Geschichte, die hier zu sehen ist. Und wenn ich die dann habe, ich gehe jetzt mal ins Backend, auf den Server, es ist wie gesagt ein lokaler Server, weil ich ja hier mit Lerogon arbeite, als Entwicklungsumgebung. Und dann gehe ich also jetzt hier drauf und gehe mal eben auf diese Instanz. das ist das hier. Dann gehe ich hier in mein Theme rein und ich habe das aber schon mal vorbereitet, weil ich wusste, dass das eng wird mit der Zeit. Und dann können wir jetzt, also ich habe jetzt hier diese, hier habe ich jetzt also das drin. Jetzt ändere ich da mal kurz den Namen. Also ich muss die natürlich als ThemeJson da reinbringen, damit die dann also praktisch aktiviert ist. und wenn wir jetzt da mal reingucken, ja und ich aktualisiere das mal, dann haben wir jetzt automatisch, ich gehe nochmal in die Gruppe, da, dann habe ich automatisch diese weiteren Möglichkeiten hier zur Verfügung. Und so lässt sich das Ganze natürlich noch weiter ausbauen. Ich kann also dafür sorgen zum Beispiel, dass also auch noch die Farben da mit drin sind. Ich kann also die Content-Wiz damit ändern und so weiter und so fort. Also das ist also eine Möglichkeit, die also schon weitgehend die Dinge dann umsetzt, die also auch mit dem Blog-Editor möglich sind. Gut, ich hätte... Ja, bitte? Dazu nur kurz eine Frage. Also was ist dieses ThemeJson genau? Also muss ich dafür das Theme von der Seite ändern oder nee? Nein, die ThemeJson ist also eine Datei, mit der ich also gerade bei 2024 verschiedene Sachen steuern kann, wie Farben und so weiter. Die wird also automatisch mitgeliefert mit 2024, ist also da im Root gespeichert. Und wenn ich... Und deswegen habe ich das auch gerade hier mal versucht, kurz zu zeigen. Ich kann also auch praktisch diese Datei dann eben in geänderter Form ins Root von dem ThemeGeneratePress dann reinspeichern. Ist die Frage so beantwortet? Kann ich die auch für ein anderes System benutzen? Also für 2023 zum Beispiel? 2023 hat schon eine eigene ThemeJson drin. Die hat die Möglichkeiten dann schon. Da musst du gar nichts dran machen. Okay, nur bei denen... Die kannst du aber natürlich anpassen oder ändern, ne? Klar. Weil es ja auch ein Block-Theme ist, ne? Ja? Da habe ich auch eine Frage. Also dieses ThemeJson ist ein Bestandteil von dem Theme. Von den Block-Themes. Ja, von den Block-Themes. Und wenn ich da jetzt, wenn ein Update kommt, wird die dann mit überschrieben? Oder ist dann Child-Theme besser? Ja, sicher. Wenn du jetzt, sagen wir mal, die ThemeJson ändern wolltest, also in dem normalen Theme, dann wird die wahrscheinlich überschrieben. Birgit nickt, also habe ich recht. Da wäre halt ein guter Tipp sozusagen, dass man ein Child-Theme nimmt und da die ThemeJson reinbringt. Ja, das ist also immer das Problem. Wenn man also irgendwelche Anpassungen an dem Original-Theme vornimmt, dann hat man eben ein Problem. Deswegen ist dann eben sinnvoller, ein Child-Theme zu nehmen, wenn man tatsächlich an der ThemeJson Änderungen vornehmen wollte. So, ich wollte aber noch ganz kurz, wollte ich noch wenigstens also Gwit zeigen. Das mache ich auch. Dann noch, dann müssen wir halt da durch. Also dazu ändere ich jetzt noch mal ganz kurz das Theme. Gehe noch mal auf 2024. Gehe dann auf die Plugins. Und aktiviere Gutenberg. Gutenberg ist ja ein Plugin, was also experimentelle Möglichkeiten bietet, die also in einer der folgenden Versionen von WordPress reinkommen sollen. Dazu muss man hier in Gutenberg reingehen und auf Experimente. Und wenn man dann da drauf ist, dann hat man hier die Möglichkeit, da gibt es also immer unterschiedliche Dinge, die dann angesprochen sind. Hier sehen wir zum Beispiel, habe ich Formular- und Eingabeblöcke, sollen kommen. Und genauso eben die Raster-Interaktivität, also der Grid-Block. Und wenn ich jetzt mir das hier mal angucke, der ist ja jetzt hier schon aktiviert. Ich gehe mal auf einen Beitrag und jetzt versuche ich das noch mal in der Kürze der Zeit mal kurz zu zeigen. Da gehen wir hier auf Grids. Und dann haben wir jetzt hier irgendwelche Blöcke, die sind als Gruppenblock da drin. Und wenn ich jetzt hier eben Gutenberg aktiviert habe, dann gibt es eine zusätzliche Option, nämlich Raster. Und wenn ich das hier so aktiviere, dann habe ich hier automatisch, wird das Ganze in einem Raster angelegt. Wichtig ist in dem Zusammenhang, es gibt einmal die Möglichkeit, den Typ als Auto zu nehmen oder als manuell. und ich kann also dann je nachdem, was ich da mache, wenn ich jetzt hier manuell zum Beispiel einschalte, dann sind da nur noch drei Spalten oder es sind drei Spalten in dem Fall. Ich kann die natürlich erhöhen. Und bei Auto ist das abhängig von der Spaltenbreite. Problem bei manuell ist, wenn ich da drei Spalten eingetragen, eingestellt habe, dann werden die auch responsive als drei Spalten angezeigt. Und das ist natürlich Kappes, also wie der Rheinländer sagen würde, weil, also das sieht nicht aus. Also insofern sollte man das hier bei Auto lassen. Und jetzt können wir mal gucken kurz noch, wie das Ganze aussieht. Ich gehe dann hier zum Beispiel auf so einen Stapel und kann den dann hier ganz normal rausziehen und dann sehen wir hier, wie das Ganze so dargestellt wird. Also man kann es auf die Art machen, gibt aber noch eine andere Möglichkeit, wenn ich jetzt hier auf die Eigenschaften gehe, dann habe ich auch die Möglichkeit hier, die Spaltenausdehnung und die Reihenausdehnung zu ändern. Ich könnte also zum Beispiel jetzt hier auch reinschreiben zwei und dann haben wir den praktisch da runtergezogen. Bei meiner Vorbereitung habe ich wohl festgestellt, dass es da noch ein paar komische Sachen gibt, aber da gehe ich jetzt nicht darauf ein, weil die Zeit einfach nicht reicht. Sonst hätte ich das gerne auch nochmal gezeigt, wo es da vielleicht so ein paar komische Sachen gibt, die vielleicht da noch wegkommen. Aber man hat ja immer die Möglichkeit, dann in GitHub zu gehen und da entsprechend so ein Issue zu melden. Ja, und damit wäre ich jetzt im Grunde genommen soweit. Und wie versprochen kommt jetzt hier mein QR-Code. Also ich danke euch für die Aufmerksamkeit und wenn ihr die Infos haben wollt, die euch vielleicht interessieren mögen, dann findet ihr die unter diesem QR-Code mit einer ganzen Masse an Links zu weitergehenden Infos. Ich weiß nicht, ob ich noch Zeit habe für Fragen. Doch, ja, sind noch Fragen da? Erstmal vielen lieben Dank. Danke. Danke. Da oben ist eine Frage noch. Können wir die noch machen? Ja, wir haben noch Zeit. Ganz entspannt. Ich habe tatsächlich eine erste Frage und zwar jetzt gerade mit dem Rasterblock und so weiter. Gibt es den auch nativ schon? Umstellt, dann ist der ja sowieso schon responsive. Nur wenn ich den auf manuell stelle und die Spalten da einsetze, dann ist der nicht responsive. Okay. Ja. Also sollte man den so lassen. Ich kann den nochmal eben zeigen. Weil die wiederum hat der Generate Blocks mit, aber den habe ich jetzt hier noch nicht gesehen. Ja. Hier ist das. Also wenn ich hier auf manuell stelle, ja, dann habe ich hier drei Spalten und dann wird der responsiv nicht richtig dargestellt. Aber der Umschalter ist dann immer noch nicht da? Nö. Wo ich sehe, was auf Tablet und Handy passiert. Nee, nee, das nicht. Das ist nicht da. Nee, 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 das nicht. Aber hier, wenn ich den hier auf Auto stehen habe, wir gucken uns vielleicht mal eben kurz, um die Frage dann zu beantworten, nochmal eben hier sowas an. Ich hoffe, ich habe sowas hier. Habe ich das hier? Nee, das ist der noch so. Moment. Ich meine, ich hätte einen schon mal vorbereitet hier. Mal gucken, was da gerät. Da könnte was sein. Nee. Müsste ich jetzt speichern. Können wir mal gucken. Wir speichern mal eben. Gucken uns das mal an. So. Ja. Da sehen wir das. Das wird dann in der Form so dargestellt. Und wenn ich das jetzt hier zusammenziehe, ich gehe nochmal eben auf die Entwickler-Konsole, also Developer-Konsole, dann wird das hier auch responsiv vernünftig dargestellt. Aber nur dann, wenn ich das auf Auto gestellt habe. Nicht, wenn ich manuell auf Spalten. Und meinen Media-Query kann ich noch nicht manuell einstellen. Bitte? Meinen Media-Query kann ich noch nicht manuell einstellen. Nee, die brauchst du. Also wenn du das hier auf Auto gestellt hast, dann brauchst du die gar nicht eigentlich. Dann brauchst du keine Media-Qui. Gut. Ich mache hier erst mal einen Punkt und gebe weiter an die nächsten Fragen. Gibt es da auch Masonry? Also das, wo sich die Unterschiede, also wenn die Längen, sagen wir mal, nicht ganz um den ganz zahligen Faktor unterscheiden, also nicht genau eins zu zwei sehen, dass man jetzt unterschiedliche Bilder... Ich bin jetzt nicht, da bin ich überfragt. Ich bin ja noch Elementor-Nutzer und liebäugelnd mit dem Blog-Editor. Ja, würde ich sehr empfehlen. Aber es ist ja aufwendig, da umzusteigen bei ein paar hundert. Ja, das ist blöd. Ja, da hast du dir aber was angetan. Über Jahre. Na gut. Okay, tut mir leid. Gibt es noch weitere Fragen? Hat noch jemand Fragen? Wir haben noch vier Minuten. Nutzt sie. Mike, hatte ich denn deine Frage richtig beantwortet oder war da jetzt irgendwas unklar? Ich habe das schon so ein bisschen hier mit dem Tuscheln vernommen und es gibt da irgendwie ein paar Möglichkeiten, habe ich vernommen. Das heißt, woher ich hinaus wollte, bei Generate Blocks hast du ja die Möglichkeit zwischen dem Media-Qui. Ja, ja, ich weiß. Desktop, Tablet und Handy und so weiter. Die habe ich jetzt noch ein bisschen nativ vermisst, aber kommt wahrscheinlich alles auch noch. Ich könnte mir vorstellen, ja. Müsste man mal sehen. Meier sagt, es ist da. Irgendwie zwei Blöcke. Lass uns doch mal kurz in den Tito reingehen und uns das nochmal angucken. Ja gut, wenn wir die Zeit noch haben, ja klar. Na klar, wir haben noch Zeit. Ja, gut, dann machen wir das. Ganz entspannt. Gucken wir nochmal. Und Meier meinte drei Blöcke weiter links, also neben dem Grid-Block. Wo? Ach da, ganz oben. Da war doch aktualisiert. Links, zwei nach links, genau. Ach da meinst du. Ah, ja gut. Ja gut, das ist aber im Grunde genommen, das ist ja nur die Ansicht. Ach so, ja gut. Ich kann auch keine Media-Queries selbst hinterlegen, das war die eigentliche Frage oder eine weitere ergänzende Frage. Aber genau dieser Umschalter, der hat mich jetzt gerade noch ein bisschen mir gefehlt, aber wir waren da. Sorry und danke. Ja gut, dann weiß ich, was du meinst. Das ist so, wenn man hierher springt. Manchmal stehe ich auf der Leitung. So, dann erstmal vielen Dank für deinen Vortrag. Ja, vielen Dank. Wir. Danke.